Der Hauptsache ist hier nicht gekommen, wir haben das, aber ich darf in Mannheim ja nicht laufen, also ich kann nicht laufen, weil da habe ich das, weil da habe ich das, weil ich meine Löwe heute schlecht. Obwohl, wenn Mia jetzt über 3.000 bis 8.000 bleibt, die Erdnaum läuft, dann können wir in Mannheim etwas mehr genau besuchen, wenn man dann bei den Tonis oder anderen besuchen kann. Zwölf jürgenden Männer sind hier unterwegs, der meiste sind Jugendliche, ich hätte so nie 3, 1,50 bis 5,50 gerade. Ich freue mich übel, ich dachte, was geht, ne? Die guckte mich langsam so. Da will man ja schon in das Musikvereine persönlich im Essen zu laufen, mit dem wir uns in den Super für die Winterstrecke. Wir haben heute mehr oder weniger gesehen, wie man gut mit der Füße und mit der Jungs hat was drauf. Also die 355, 56, 57 werden bei der Durchgangszeit. Wir kommen zu den 5.000 Metern, 238, 339. Also alles noch gut Jungs für 355. Kommt! Bettina und ich werden nächsten Mal rein investieren. Wir werden mitlaufen und dann nicht. Also wer 355 laufen will, hier ist der Stahlraum, 3, 6, 4, 5 und 3. Vor allem, vor allem, vor allem, die Runde. Ja, das freut mich auch. Dann musst du mit nichts, hast ja nichts. Alles klar, dass wir nicht gehen, ne? Ja, so gut mitmachen, ne? Ich brauche, ich brauche da gelaufen. Ich habe Angst. Ach klar. So, dann haben wir 200 Blätter. 3, 24, 25, jetzt sind alle 30 drauflaufen. Da stehen wir da auf, da sind die Jungs hier. Ja, ja, die klingen jetzt. 3, 24, jetzt kommt noch mit. Da sind wir 179. Wir haben noch die Jungs hier. 3, 3, 50, 5, 50. Ja! Inoffiziell, da kommen sie alle ins Ziel. Da bin ich aber auch froh. Also, das ist sicherlich.